Realisieren Sie mühelos Höheneinsätze auf bis zu 10 Meter mit der Elektroscherenbühne SB100L Dank einer Tragkraft von 450 kg finden bis zu 2 Personen plus Zuladung im Arbeitskorb Platz Eine ausfahrbare Plattform begünstigt nicht nur die Bewegungsfreiheit, sondern minimiert auch Versetzfahrten Muss die Scherenbühne doch umpositioniert werden, kann dies bequem auf voller Plattformhöhe durchgeführt werden Aus Sicherheitsgründen steht dem Bediener auf voller Höhe eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 0,8 kmh zur Verfügung, während im eingefahrenen Zustand die Fahrgeschwindigkeit auf 4 kmh gesteigert werden kann Die 90 Grad Lenkung und eine kurze Baulänge bieten einen geringen Wenderadius In Kombination mit der stufenlosen Proportionalsteuerung lassen sich so präzise und wendige Fahrmanöver realisieren Auch in beengten Umgebungsverhältnissen punktet die Bühne durch ihre schmale Baubreite von 1,15 Meter Kombiniert mit einer abriebfesten Non-Marking-Bereifung sind auch Einsätze auf sensiblen Indoor-Umgebungen möglich Ausgestattet mit einem kraftvollen Elektro-Direktantrieb, bei dem je ein Elektromotor die Antriebskraft an die beiden Vorderräder überträgt bewegt sich die Scherenbühne besonders geräuscharm Die maximale Steigfähigkeit liegt bei diesem Modell bei 25% Zum Transport oder um niedrige Durchfahrten zu passieren, lässt sich das Gelände einfach und schnell einklappen Ein sicherer Einsatz wird stets durch das Schlaglochschutzsystem sowie einen automatischen Neigungssensor gewährleistet Für maximale Sicherheit im Einsatz auf Höhe empfiehlt es sich, einen Ganzkörper-Auffanggurt anzulegen und diesen am vorgesehenen Befestigungspunkt zu fixieren Profitieren auch Sie von den vielen Vorteilen der Elektro-Scherenbühne SB100LD Unser Serviceteam berät Sie gerne und erstellt Ihnen ein auf Ihr Projekt zugeschnittenes Mietangebot www.tkc.ff